hey leute was geht ab mein name ist mir AGM das ist mein drittes video und ich zeige euch heute Brawl Stars also meine letzten zwei videos waren minecraft und Brawl Stars und ab 1000 likes zeige ich mein gesicht oder ab 1500 oder sowas ich weiß noch nicht also wir zocken Tageskandidat also ich habe eine Mission gewinne gewinne acht Kämpfe mit Handy meine Belohnung ist eine normale Box also weil ich habe ja gestern eine Megabox geöffnet und nix fangen wir schon mal an vielleicht schaffen wir es auch vielleicht habe ich auch nicht ganz acht Runden aber mehr als drei bestimmt fangen wir an oh nee nein nein ich habe nicht gewusst dass es so eine Map ist dann nehme ich halt einen anderen Brawler zum Beispiel ich kann wir dürfen entscheiden ich nehme einfach mal Nani Nani ist sehr gut Nani Nani ist im Weitkampf gut und nahkampf ja ich liebe Nani und Spike Nani und Spike Nani und Spike Nani nix Nein! Diggaaaas! Ich mach mal diese Scherlie wie immer sie kommt Nani Nani hat einfach noch gewundert Ich habe gesagt in mehr als drei Runden werde ich schon zocken weil es Nani eher viel zu lang war für dich Wenn ihr wollt, könnt ihr ein Abo da lassen und ein Like. Ja, ich zock aber jetzt noch mehr, Leute. Schau jetzt. Bitte da, bitte verfolgt mich nichts. Das meine ich jetzt noch nicht krass. Aber dann nimm mal diese Shellys Korn. Ich hatte ein Leben wert gesehen. Vier plus... Hä? Francesco! Der ist Francesco! Der ist Francesco! Ich hatte eh nichts geschafft. Ich zock noch zwei Runden, Leute. Und danach endlich auch mit dem Video. Ich zeig euch, wenn ich... Ja, Leute. Das sollte mal irgendwie bisschen lange, bis Leute reinkommen. Keine Ahnung, wieso. Weil nicht so viele, glaube ich, sowas zocken. Nick Shelley, bitte! Ich wusste es. Ich wusste es. Schau, wie alle auf dich gehen. Schau! Nein. Nein! Das ist halt auch sehr schwer. Dann... Ich zock noch... Eine Runde... Ja dann, Leute. Ich glaube dann... Dann... Ich mache jeden Tag... So... Wieso? Drei Videos? Nein. Nicht jeden Tag so drei Videos. Aber ein wenigstens schon. Jeden Tag ein Video oder so. Nein! Bitte! Nein! Bitte! Bitte! Nein! Okay! 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 Unverkauft! Komm, ich zock noch eine Runde! Nicht diese Scheiß-Map hier! Ich zock noch eine Runde mit Nani! Obwohl Nani auf 24 gibt! Scheiß drauf! Scheiß drauf! Hier... Ich zock noch eine geile Aufnahme! Komm her! Komm her! Schuh! 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 Ach! Schuh! Komm doch her! Shelly! Wenn du dich so krass fühlst! Schuh! 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 Was nützt das? Seht ihr, für sowas. So könnt ihr euch retten. Das hat also der Leon grad glaub ich nicht so gewusst. Ah, dieser Colton. Nein! Verkackt, Leute. Das war's gewesen, Leute. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Ciao.